Peace meine lieben Leute, willkommen auf meinem Kanal und heute geht es um das Wort Speziesismus. Und was ist Speziesismus? Aber, zuerst das Intro. Was ist Speziesismus? Speziesismus ist nichts anderes wie Tierrassismus. Speziesismus, Rassismus und Sexismus gehören zusammen. Speziesismus ist gleich Tierrassismus. Hört bitte auf diskriminierend zu sein. Speziesismus sagt man bei Tieren, weil die Tiere eine andere Spezies zu uns Menschen sind. Natürlich sind Menschen auch Säugetiere. Zweitens, was keiner weiß. Wenn du zum Beispiel zu jemandem sagst, du bist aber ein ekliges Schwein, ist das auch Speziesismus. Weil du sagst ja, das ist Schwein. Und Schwein ist ein sauberes, niedliches, kleines, schützenwertendes Tier. Also schützendes, wertendes Lebewesen. Und Schimpfhörter wie dumme Kuh, dummes Schwein, dummer Esel und so weiter und so fort ist Speziesismus. Ich muss dann lieber sagen Idiot oder von mir aus auch Arschloch. Was auch Speziesismus ist, zum Beispiel wenn du in den Zoo gehst, wenn du in den Zirkus gehst, wenn du halt andere Lebewesen begaffst. Es gibt zum Beispiel auch, es gab zum Beispiel früher auch Menschenzoos. Adolf Hitler war 1940 in einem Menschenzoo und hat die schwarzen Menschen begafft. Du willst auch nicht in einem Zoo eingesperrt werden und begafft werden, weggenommen werden von deiner Mutter. Überleg mal, was du nicht willst, was man nicht tut, das füge auch keinem anderen zu. Zoos, Zirkusse, Tiere essen, Tiere ausbeuten, Tiere in Tierversuchslabor stecken, von den Tieren die Haut tragen. Das ist alles Speziesismus. Wann wurde das Wort Speziesismus bekannt? Bekannt wurde es durch Richard Rader im Jahr 1970. Sei nicht mehr diskriminierend, sei kein Tierrassist, also sei kein Speziesist mehr, sondern lebe und esse vegan. Okay. Das war jetzt ein Kurzvideo zu dem Wort Speziesismus. Und damit sage ich jetzt mal Tschüss, hau rein und denk dran. Wenn du dich nicht auffällst, hält dich nicht so niemand auf. Du bist gut, so wie du bist und ich glaube an dich. Also glaube an dich auch. Ciao Kakao. Und ist der Daumen oben, dann werde ich dich loben. Und bitte kommentiere nicht vergessen. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.